Hallo liebe Fußballfreunde, Thema 1. FC Kaiserslautern, 2. Bundesliga, 2023-2024, 20 Spieltag, SV Elversberg gegen 1. FC Kaiserslautern, Ergebnis 2 zu 1. Startelf, SV Elversberg, Christoph Flauer, Schickenecker, Juniur, Van Marsch, Jakobsen, Sahin, Neubauer, Weiner, Rochelt, Schnellbecher, Startelf, 1. FC Kaiserslautern, Kral, Elvedi, Tomiak, Touré, Rom, Rundstadt, Rachel, Kalog, Buschholz, Ritter, Taché, Ache. Das war's von SV Elversberg gegen 1. FC Kaiserslautern, Mittelnacht, 46.